Und da sind wir wieder, Folge 24. Wir gehen raus, wir wollen glaube ich in die Wüste. Wo kann ich mich letztes Mal daran erinnern? Mal gucken. Was wir umhauen alle? Uiuiui, mein Junge. Immer von hinten, immer sind wir von hinten. Jawoll. Jawoll. So, die haben wir gekleert. Jetzt gehen wir mal hier raus. So, haben wir hier irgendwas? Ah, eine Sequenz. Oh, nee. Oh, ich möchte nicht wieder einen Endgegner haben. Der Tigerrachen am Eingang der Wunderhöhle wird von den Herzlosen kontrolliert. Zerschlage die Macht der Dunkelheit. Oh, wie soll ich denn das machen? Magie vielleicht? Feuer! Hier. Hier. Oh, boy. Oh Oh Gott, warte, 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 habe ich ja nicht drauf geachtet, aber weil man auch sieben Sachen drücken muss, um sich mal wieder hier aufzuladen. Auf jeden Fall müssen wir prügeln. Die Frage ist, wie der mich getroffen hat mit was, habe ich gar nicht mitbekommen. Der Merkwodisch. Jaak. Ich komme! 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 Ich komme!